Josep Pinto de Carvalho Santos Aguas war ein portugiesischer Fußballspieler, der in den Jahren 1961 und 1962 mit Benfica Lissabon den Europapokal der Landesmeister gewann. Laufbahn Von 1948 bis 1950 spielte Josep Aguas in der angolanischen Hafenstadt Lobito in der Mannschaft des FC Lobito Fußball. Er war weit mehr professionell als Großwildjäger unterwegs, als er als Fußballer aktiv war. Nach einem Freundschaftsspiel von Benfica Lissabon in Lobito nahmen die Benfica-Verantwortlichen den 2-0-JT-Regen nach dem Schlusspfiff sofort mit. Nach Portugal Der athletische Mittelstürmer hatte durch seinen direkten Zug zum Tor und seine Vollstrecker-Qualitäten auf sich aufmerksam gemacht. Bereits in der Runde 1951-52 holte er sich mit 28 Treffern den Titel des Torschützenkönigs in der portugiesischen Liga. Dreimal wiederholte er dies in den Jahren 1956, 1957 und 1959. Da er auch den Meistertitel mit Benfica in den Runden 1954-55 und 1956-57 erringen konnte und dazu sechsmal im Pokal von 1951 bis 1959 erfolgreich war, hatte er bereits national vor der Runde 1959-60 eine stolze Bilanz vorzuweisen. International waren dagegen die Vertreter von Portugal im Europa-Cup, auch Benfica Lissabon, nur am Rande beteiligt gewesen. Mit der Verpflichtung von Bela Gutmann, einem Ungarn mit österreichischem Pass, der in der Runde 1958-59 still mit dem FC Porto dem Hauptstadtclub Benfica die Meisterschaft noch vor der Nase weggeschnappt hatte, erhielt die Karriere von Aguas eine weitere Initialzündung. Er agierte fortan äußerst erfolgreich in einer Mannschaft mit dem Benfica-Team so deutlich, dass auch der Blick nach Europa nicht utopisch erschien. Nach der sofortigen Meisterschaft 1959-60 Still Aguas hatte in 25 Spielen 18 Tore beigesteuert, war Benfica für den Europa-Cup der Runde 1960-61 Still qualifiziert. Über Hardoff mit Lohan, Uypes, Budapest, Aarhus, GF und Rapid Wien spielte sich Benfica Lissabon mit Spielführer und Mittelstürmer Jose Aguas sensationell in das Finale. Bei der Halbfinalbegegnung kam es dabei beim 1 zu 1 in Wien gegen Rapid zu Zuschauerausschreitungen. Gegner im Finale am 31. Mai 1961 in Bern war der FC Barcelona, der im Achtelfinale den fünfmaligen Seriensieger Real Madrid ausgeschaltet hatte und als klarer Favorit galt. Der Traumsturm der Katalanen mit Kubala, Coxes, Evaristo, Suárez und Chibor schien allein Garant für den erneuten Cupsieg einer spanischen Mannschaft zu sein. Dagegen schienen die 27 Tore von Jose Aguas beim erneuten Titelgewinn 1961 in Portugal nicht als alleinige Gegenantwort auszureichen. Die Benfica-Mannschaft zog sich vor dem Berner Endspiel acht Tage in ein Trainingslager nach Spiez zurück und arbeitete intensiv Tag für Tag auf das Finale hin. Der Favorit kam 24 Stunden vor dem Spiel nach Bern und quartierte sich in ein Luxushotel ein. Benfica gewann den Europacup mit drei zu zwei Toren. Torschützen waren Aguas Koluna und ein Eigentor des Torhüter-Routiniers Ramalitz. Mittelstürmer Aguas wurde mit elf Treffern der Rekordschütze im EC-Wettbewerb 1960-61. Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres 1961 belegte er den zehnten Platz. Nach dem Finale war die Benfica-Sturmbesetzung mit Jose Augusto, Santana, Aguas Koluna und Domitiano Kavn zumindest den Experten ein Begriff. In den Spielen um den Weltpokal verlor Benfica im Entscheidungsspiel in Rio de Janeiro gegen circa Penarol. In der Meisterschaftsrunde in Portugal gelangen Aguas in der Runde 1961 62. in 22 Spielen 18 Tore. Der Weg zur erneuten Endspielteilnahme im Europacup 1962 führte über Austria Wien, FC Nürnberg und Tottenham Hotspur. Gegner war am 2. Mai in Amsterdam Real Madrid. Vereng Puschka sprachte die Königlichen mit 2 zu 0 in Führung Aguas erzielte in der 25. Minute durch Verwertung eines Postenabpralas nach einem Eusebio-Freistoß der Anschlusstreffer. Eusebio, der neue Torjäger aus Mozambique, gerade erst 20 Jahre alt, entschied mit zwei Treffern in den Schlussminuten das Spiel zugunsten von Benfica. Nach dem 5 zu 3 erfolgrechte Kapitän Jose Aguas stolz den Europapokal in den Amsterdamer Himmel. Der Sturm des Titelverteidigers Benfica Lissabon mit Jose Augusto Eusebio Aguas. Koluna und sie missstrahlte jetzt hell am europäischen Fußballhimmel. Trainer Gutmann verließ nach dem zweiten EC-Sieg 1962 nach drei Runden Lissabon und wechselte zum Club Atletico Penarol in Montevideo. Bei der 1 zu 2 Niederlage im Finale 1963 gegen den AC Mailand stand der 33-jährige Aguas nicht mehr im Sturm von Benfica. In der Runde 1963-64 beendete er seine Spielerkarriere bei FK Austria Wien. Austria bezahlte für ihn 720.000 Schilling. Er wurde jedoch nur neunmal eingesetzt und erzielte zwei Tore. Von 1950 bis 1964 bestritt Aguas 289 Ligaspiele und erzielte dabei 292 Tore. Im rot-grünen Trikot der portugiesischen Fußballnationalmannschaft debütierte Jose Aguas am 23. November 1952 in Porto beim Freundschaftsspiel gegen Österreich. Knapp ein Jahr später erzielte er beim WM-Qualifikationsspiel am 27. September 1953 in Wien zwar sein erstes Tor für die Länderelf. Durch die deklassierende 1 zu 9 Niederlage gegen die Österreicher kam darüber aber keine Freude auf. Diese Freude holte er am 22. Mai 1955 in Porto beim 3 zu 1 Sieg gegen England nach. Dabei zeichnete er sich als zweifacher Torschütze gegen den englischen Storper Bilireit aus. Insgesamt gesehen war die Mannschaft des portugiesischen Fußballbundes, obwohl bereits im Jahre 1954 dk Sekunden Profitum eingeführt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 60er international zweitklassig. Alle drei Weltmeisterschaftsqualifikationen für die Turniere 1954, 1958 und 1962 gingen verloren. Lediglich Achtungserfolge mit einem 1 zu 1 Unentschieden gegen Nordirland und einem 3 zu 0 Sieg gegen Italien standen 1957 zu Buche. Ebenso war es in der Qualifikation 1961. In Lissabon reichte es im Estadio Dalot zu einem 1 zu 1 Unentschieden gegen England und am 25. Oktober verlor man das Rückspiel ohne Stopper Germano vor 100.000 Zuschauern im Wembley-Stadion mit 0 zu 2 Toren. Wirklich sensationell war die davor am 8. Oktober erlittene Zeit zu 4 Schlappe in Luxemburg, womit man jegliche Chance zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Chile verspielte. Sein 25. und letztes Länderspiel bestritt Aguas am 17. Mai 1962 in Lissabon gegen das Team von Paul von Himmst bei der 1 zu 2 Niederlage gegen Belgien. Portugal gelang die erste Weltmeisterschaftsteilnahme erst zur Fußball-Weltmeisterschaft 1966 in England. Da hatte Aguas seine Laufbahn aber bereits beendet. Trainer Nach der Spielerkarriere war Aguas Trainer bei Oriente Lissabon und Assistent Coach der portugiesischen Nationalelf. Gerät Vielen Dank.